Tritra, trullala, tritra, trullala, der Kasperle ist wieder da. Hu, harra, da bin ich wieder, der Humberger Kasper mit seiner Probellermütze. Hurra, ja liebe Kinder, da bin ich, obwohl leider fehlt ja dieses Jahr der Mörserweihnachts. Und deshalb habe ich mir gedacht, drehe ich einen kleinen Film, damit wir uns in diesem Jahr trotz der Corona-Zeit sehen können und hören können. Und, na, wisst ihr, wer noch fehlt? Mein Freund, der Struppi, mein Hund. Ruft ihn doch bitte mal. Struppi! Ach, da bist du ja, lieber guter Struppi. Ja. Was? Ach so, du meinst, meine Maske, die ist nicht richtig über der Nase angebracht. Ja, äh, ich habe leider noch keine Maske gefunden, die über meine lange Gurkennase gepasst hätte. Ja, außerdem, hier sind wir ja unter uns. Wir zwei, Struppi, du und ich, wir sind ja aus demselben Haushalt. Eigentlich braucht man da keine Maske. Und die Kinder, die sitzen ja alle vor ihren Handys oder vor ihren Computern oder am Fernseher und können uns da sehen und sind auch alle alleine zu Hause. Keine schöne Zeit. Aber, wir hoffen natürlich, dass nächstes Jahr wieder ein Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Und bis dahin, bis dahin singen wir jetzt zusammen unser schönes Kasperlied. Ruu, 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 ruu. Was? Ruu, ruu, ruu. Ach, singen ist auch verboten. Ruu, ruu. Nein, äh, natürlich nicht. Nicht, wenn wir hier sind und die Kinder alle zu Hause vor den Geräten sitzen und uns zugucken. Äh, also, alle zusammen. Tari, tra, trolala, trai, tra, trolala, der Kasperle ist wieder da. Und hoffentlich im nächsten Jahr auf dem Mörser Weihnachtsmarkt mit der Homburger Kasperbühne. Bis dahin wünschen wir euch trotz Corona schöne Weihnachten. Und vor allem bleibt alle hübsch gesund. Ruu, ruu, tschüss. Tari, tra, trolala, tri, tra, trolala, der Kasper kommt wieder im nächsten Jahr.